Ich habe keine Freunde. Der Verbindungsvorgang ist gescheitert. 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 Die Verbindungsvorgang ist gescheitert. Ich habe es dir gerade gesagt. Ja, was soll das, ey? Der Verbindungsvorgang ist gescheitert. Der Verbindungsvorgang ist gescheitert. Das sag es mir zum 20. Mal. Das hat sich immer wieder wiederholt, eyda. Nein, ist das ein Rotz, eyda. Nix geht, eyda, was ist da los? Ich versteh es nicht, eyda, mach... Achso, warte mal vielleicht. Mir bleibt eh nix anders übrig, als zu warten. Und jetzt? Das geht nicht, das ist runterladen von dem Kack. Geht es immer noch nicht? Ich muss das probieren. Lass mich raten, ich weiß, der Verbindungsvorgang ist gescheitert. Was will das? Vielleicht muss ich das Spiel mal neu starten, kann auch sein. Hey, probier es mal. Bah, das ist die Hölle, hey. Ich schalte jetzt die Firewall auch aus. Äh, Windows Firewall. Die starten wir jetzt auch noch mehr rein. Ausschalten, ausschalten. So, jetzt ist der Rotzar ausgescheuten. So ein Müll, leider. So ist es besser als Silent Hunter, spiel. White trash beautiful. So beautiful. Hehehe, kein Feuer. Wie oft willst du das noch sagen? Hehehe, kein... Keine Verbindung, leider. Habe mir schon gedacht, du willst mich verschaukeln hier, leider. So. Hatschuh. Einige Mots sind nicht bereit verwendet zu werden. Ja, musst du noch einmal draufdrucken. Wo? Ja, auf das Ding. Auf starten. Das kommt nur, wenn man zu schnell auf startdruckt. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Sonst muss ich die Ports von drüben verwenden und hierher umleiten. Was soll dieses Geschnache hier? Haslinger? Ja. Siegst du mal spülen. Oh ne, wie startet es jetzt gut? Oh, und er schnorcht sich an ab hier. Okay, süß. Eine Made erst. Oh, die vegetiert schon wieder an der Existenzgrenze oder? Was is jetzt? Weg, mehr scho. It's beautiful. I was zu. Nein, gibst du das Passwort schon richtig ein, oder? Ja, H-A-T-S-C-H-U Und alles klein? Ja Okay, dann probieren wir das Wort C drüber mit dem Ding ändern Ah, ist das lästig, er da Das ist ja unbelievable Und jetzt? Vielleicht ist es einfach die Map, wo es nicht geht, weil da habe ich bei mir auch Probleme Ich kann nämlich die Map gar nicht runterladen Ja, die, die ich vorher installieren wollte Geht's, geht's? Geht's jetzt? Ja Ah ja, da ist er Ah ja, da ist er Ja, passt dann, komm ein, oder? Max, bist du auch dabei? Ah, was? Schlaft schon wieder Warum ist der Haslinger schon wieder Scharfschützer, bitte? So, wie das am besten geht Du bist, was bist denn du da? Du bist Munitionsträger Sieht aber fast schon so aus Bist du mit, Max? Head-Ons werden installiert Nein Ah, Spiel startet schon Ah Ich tue uns übrigens live übertragen, ge, Haslinger Sure, oder? Ja, ja, sie können euch hören, sie können mich hören, sie können uns alle hören Ist das nicht geil? Nein, das ist nicht geil Ja, haben sie auch bei euch Fuck you Bei mir ist alles live On-air Wo übertragst du live? Auf Twitch, oder was? Ja, ja, auf meinen Twitch-Kanal Okay, that's team Von Freunde Von Freunde, ja Warum ist irgendein Twitch-Kanal gegangen? Mein Was ist denn das Passwort? M. Seiwald muss zurück Ah, H2 Wie immer Farmer 3 Gaudi Ja, genau, das ist's Da steigt die Fete Da kann ich immer schauen, was du bist, das ist gut Haha, wie sowieso, wir sind eh ein Team, Alter Ja, ja, aber trotzdem Hast du es auch am zweiten Monitor, oder was? Ich hab den Stream auch am zweiten Monitor Ah, der Markus ist da Ja, dann können wir loslegen, oder? Habt ihr alle ausgewählt, euer Manschgerl Ja, so ist er Passt Dann geht's auf Ey, durch Hoffentlich wissen wir nicht wie so viele anderen Keine Ahnung, was das für kacken Mission ist, schaut schon mal verdächtig aus da am Bödel Ja, was da schon mal alle wandern Das war die einzige, die was funktioniert hat Haha Und alle anderen waren nur so Panzer- und Helikoptermissionen und so Ja, das schaut so aus, als würden wir flüchten müssen aus Altis Das ist ja ganz eine andere Insel als wir im Hintergrund Warum, was sagst du Ferne? Du wirst ja viel größer irgendwo Schon, oder? Da oben sind wir, Alter, schau her Sag aber nicht, wir müssen da runter, erst Oh nein Sind das da wir, oder? Ja, da ist der Scharfschütze Irgendwo Wo? Keine Ahnung Wo bist denn du? Achso, du bist noch gar nicht da, der Max ist gerade reingekommen da hinten Ah, jetzt bist du Wo wo wo? Ah, da bist du Neben mir, ok, weiter Super Hab schon wieder schlechte Verbindung da So, das bist du Hasling, oder? Werde ich gleich erledigen Ich erledigt euch zwei gleich Ah, holen wir uns da drüben den Truck Komm, da steigen wir ein Dann können wir irgendwo hinfahren Wo auch immer mal Ich fahre Wir schauen da gerade 27 Gleit zu, oder was? Ha? 27 Gleit schauen da gerade zu, oder was? Nein, da komm ich wieder nicht drüber Ich werd wahnsinnig Wie kommt man da um mich? Auch da ist eine Öffnung Ah, wo ist ein Bus abziehen Na ja Fahren wir mit dem Ding da mal Da, wer fährt? Wer fährt? Der Markt Der Wurst ist scheiß Druck Der, der, der killt uns wieder So wie mich letztens mit dem Quad, aber So, ich steig ein als Passagier Komm, schau, komm, schau Ich will hinten oben sitzen, ist viel lustiger Okay, huck dir neben mich Wo huckst du Leicht? Ähm, Beifahrer sieht's aber, das ist nur einer frei Warte mal, ich muss die anderen auch noch sagen, dass sie einsteigen müssen Huck dir zu mir da jetzt Wo bist denn du? Hey, naa, hä? Hey, da wird schon geschossen Wer hat geschossen? Wer hat geschossen von euch? Wer ist denn das? Da schierst du ja von uns Keine Ahnung, was da steht Scheiße, aber wir, Alter Halt, bleib stehen Ich bin noch nicht drauf Nein Nicht mehr überfahren Ja, jetzt, auf geht's Fahr, 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 fahr Und, ob wir die Ausnahmsicht Scheiße, da vorne, ja, da ist ein feindliches Fahrzeug Andere Richtung, hinter uns Ich weiß nicht mal, wo wir hin Alter, wir müssen da ganz runter in den Süden, der ist euch schon klar Nein, wir müssen alle Fragezeichen absuchen, fahren wir da in den Norden mal runter Der hat mich dann angeschossen, verdammte Scheiße Bist du hin? Nein, ich blöde mich nicht Ja, ich auch, ich muss mich dann selbst behandeln, wenn wir wieder irgendwo stehen Fahre Richtung Norden auf Wer fährt überhaupt? Weiß nicht, wer fährt? Ich Fahre, die nächste rechts Scheiße, der hat einen erledigt von uns, Alter Die schießen da runter Ich kann nicht schießen von da hinten Fahre, 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 die verfolgen uns Oh mein Gott, der Max ist tot Na, ich auch Alter Hey, wir sind gleich respawnen Hey, bleib stehen mit dem Fahrzeug Ja, wie denn? Hey, die Typen, die kaufen wir uns jetzt, Alter Mit seinem scheiß Trucker, da hat irgendwer eine Panzerfaust oder so Hey, der fährt da direkt her zu uns So, da vorne sind die Schweine, komm Na, jetzt bin ich auch hinig Verdammte Scheiße Den machen wir fertig, den Wichser Ah, er hat mich fertig gemacht Oh, ist das ein Dreck, oder? Hehehe Eigentlich hasse ich dieses Spiel, habe ich das schon mal gesagt Warten wir jetzt alle, oder? Auf Weil, jetzt haben wir gekommen um A-Kurven So ein Wichser, wir müssen den Typen irgendwie unschädlich machen, wo ist die Drecksache Hey, wo ist der Dreckiger? Hey, wo ist der Dreckiger? Hey, wo ist denn der hin? Ist der weg? Ja, ich bin jetzt da hin Hä? Soll ich Die Timmig alle da oben sind hinig Schon, oder? Ah ja, die sind alle hinig Wie bringen wir die aus aus der Scheißding? Das ist super Super, das Ding können wir nicht mehr verwenden Fertig sein Freider, das ist der reinste Leiche im Wagen da hinten Wer fährt jetzt? Keine Ahnung Ich Ja, aber du bist allein Ah, jetzt kann ich aufsteigen Juh, gar hier oben Der ist ja gerade rein geflogen, Alter Wer hat da gerade die Leichen rausgeschmissen, Alter? Hey, aber unsere ganzen Leute lassen wir jetzt hier zurück, gell? Im Wort, die müssen auch noch mit. Schmeister mit Leichen, gell. Ich sag ihnen, dass sie einsteigen sollen in die Scheißkarre, da kommen schon ein paar. Hasinger, bist du auch schon an Bord? Ja, ja, so, er hilft ja ganz gut. Da oben steht er, nördlich von oben steht er, der Wichser. Ja, der Rode, der Feind. Ich glaube, wir haben nicht mehr Platz oder was ist da los, kommen die anderen nicht. Wurscht, fahren wir. Ja, jetzt fahren wir genau fern zu, da vorne ist er irgendwo. Da sind noch voll viele, die waren noch nicht dabei, irgendwie. Ja, ich weiß, aber die haben noch keinen Platz, keine Ahnung, die steigen nicht auf. Der Reparaturspekt hier ließen, ich merke nicht, oder was? Hä? Was ist mit denen da? Pass auf, da... Da sind die ETH Automatik, Schichtzug, Grenadier und Sprengmeister. Die müssen zu dem Fragezeichen, ganz im Norden. Da vorne muss er irgendwo sein, der Wichser. Der Hund ist ein Held. Nein, passt schon, fahr weiter. Ich sag's dir, wenn er aufschaut. Warum fahren wir jetzt zur Kirche? Gebet. Da fahren müssen wir weiter auf der Hauptstraße, also... Hauptschloss, das Gürtchen. Ich schau auf den Korten, wo der Typ aufsteigt. Da ist schon ernsthaft zwei Leute dazu. Hä? Wir haben ernsthaft zwei Zuschauer, oder? Schau, oder? Nein! Nein, da schießt schon wieder einer. Wo? Schau, oder? Hey! Wir werden schon wieder beschossen, ja? Bleib irgendwo stehen, lass uns absitzen, weil ich kann nicht schießen, wenn ich da hier oben hocke, oder? Wir werden hier volle Wäschbe schon vor uns, das ist nur ein einzelner Schütze. Was sucht man? Da hinten ist er, auf der Karten siehst du ihn eh. Wo? Scheiße, das sind zwei. Ein Teamleader und ein anderer. Ja, ich hab ein Schwerfschützengewehr, den du schieß ich. Ah ja, du hast auch schon ein Schwerfschützengewehr. Was treibst denn du? Ich bin abgestiegen. Ich auch. Ich auch. Entdeckung hörst du da. Warum kann ich da nicht durchschauen, doch mal ein Schwerfschützengewehr? Ja, du musst zweimal rechts drücken. Die sind halt kein Schwerfschützengewehr, oder? Ist irgendwas. Ich weiß nicht. Scheiße, das ist... Ich sieg die Wichser nicht. 2 auf 4. Ich hab ihn erledigt. Ich hab ihn erledigt. Scheiße, aber ein zweiter kommt auch noch irgendwo, der schierst auf mich. Habt ihr den anderen auch noch? Nö. Wo ist die Drecksache? Das ist der Sniper, oder? Was ist das? Oh, da sind 3 von ihnen. Wie tut man... Nein, ich bin erledigt, Alter. Ich komm gleich bei dir wieder zu, weiß. Wer ist denn das der, was da vorhin in der Ruine da drin steht? Das bin ich. Ja, ich komm gleich wieder. Ich denke, der Fick hat mein Schwerfschützengewehr. So, ich bin wieder da. Scheiße, ich kann nicht aufstehen. Wo zum Geier bin ich denn hier gelandet? Was hat's denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Hey, komm da nicht raus so da unten. Hey, komm da nicht raus so da unten. Hey, komm da nicht raus so da unten. Scheiße, ey. Ich bin hier unterirdisch gefangen. Was ist denn hier los? Was zum Geier. Was war das? Erschieß mich bitte. Ich bin da voll unterirdisch. Ich komm jetzt gleich wieder von hinten. Warte, 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 warte. Fotografieren, tu mir irgendwas. Ich kann nix tun. Siehst du eh auf meinem Bildschirm. Was ist denn hier? Ich bin hier in der Scheißkarte. Ich bin hier in der Scheißkarte. Was ist denn hier los? Ich komm wieder. Ich bin hier in der Scheißkarte. die ganze Zeit. Was? Dein Hund? Oh, wie soll ich das? Ey! Ich werde schon wieder beschossen, ich werde wahnsinnig an der Selbstbehandlung. Könnten wir die Wixer endlich mal fertig machen, die paar Handlungen da fuhren? Hey, die sind ja rechts von uns, rechts von uns! Grat 2, 5, 1, 2, 0, 0! Waitin! Grat 2, 5, 1, 2, 0! Camera! 700 Meter! Sound! Boosans... Da rechts! Für die Schraubereien. Sie sind tot. Hast du dir nichts? Vor uns sind auch noch zwei rechts. Siehst du eh auf der Karte die zwei roten Punkte? Ah, sie haben mich schon wieder gesichtet. Scheiße, ich bin hin. Nein, ich bin hin. Alter, wegen die zwei Handeln, das gibt es doch wohl nicht. Nicht da drinnen respawnen Haflinger. Alter, mit was beschießen uns die bitte? Mit was zu, 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 zum Geier haben die geschlossen? Sie sind weg. Na, sind sie nicht. Was zu... Versteiß ich mich auch runter, Edi. Wo? In der Bude. Oh, Edi. Siehst du das da? Ja. Was für der Schei. Du kommst ja nicht raus, sonst. Hab ich vorher schon probiert. Kommst du nix raus? Alter, mit was verschießen die, Edi. Schau, unser Karre haben sie auch vernichtet, Edi. Ja, ich denke ja mit der Panzerfaust auf sie schießen. Ja, ich denke ja mit der Panzerfaust auf sie schießen. Jetzt hab ich's grad gesehen, Alter, in der zweiten Bildschirm ein bisschen umgebracht hat. Ja, so schnell nebenbei mal, gell. Na, jetzt bin ich schon wieder da drinnen, Alter. Ja, warum kommt, Alter, nimm einen anderen Spawnpunkt? Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, einfach einen anderen Kreis anklicken, wo bist denn, Alter? Ja, in der Bude. Ja, siehst du schon. Ja, gefälligst auf. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Schau auf dem zweiten Bildschirm, schau dir das an. Schau auf dem zweiten Bildschirm bitte. Was soll ich da sehen? Ich sehe ja mich am zweiten Bildschirm. Wo kann ich den Spawn-Pointer ausführen? Ja, einfach einen Kreis ausführen, einen anderen. Ich nehme den vordersten jetzt, da der was ganz vorne steht. Der Munitionsträger. Was ist deine Position? Ja, passt, der ist außerhalb. Ja, passt, der ist außerhalb. Ja. Alter, was ist da los? Schaut sich her, da... Hey, Max, hast du den Rauch da geschmissen, ne? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Wo sind denn die... Ist da überhaupt noch wer? Der ist ja schon längst keiner mehr, oder? Wirt und Geier hat uns dann die ganze Zeit beschossen. Ja, ich gehe da sehr ruhig, gerade direkt zu der Fabrik. Ich hole mir da von oben da, ein bisschen was aus dem Inventar von dem hinten da. Ja. Funkgerät. Super, ich habe eh Chance dabei. Wow, ich komme da nicht raus. Aha! Wo bist du denn hier? Schieß dich. Im Schutthaufen. Da. Wo? Auch da. Hä? Was ist da los? Ich komme raus da mal weiter. Ganz schön hartnäckig, der Kerl. Wirst du wohl aufhören auf mich zu schießen? Wo seid ihr? Ich kann dich ja da drin lassen in dein... in dein Ding da. Hier oben. Ich kann dich ja da drin lassen in dein... in dein Ding da. Hier oben. Was macht ihr? Ja, komm weiter raus. Haha. Ich gehe erst da gerade zu eurer Firma da oben. Alter, du bist zu nieder, ich kann dich gar nicht da schießen. Ah, da geht's. Hey, kommt ihr auch da mal zu mir zu eurer Firma? Ja, dann gebe ich mir alle den Befehl vorzurücken da. Hey, wer ist denn hier der Chef, sagen wir mal? Hey, ich hole gleich mein Auto. Hast du eins? Hä? Ja, ich mache das. Ja, ich gehe dann rein. Ich bin da drüben, bei der Straße. Ja, der Max ist der Schieferler. Ja, der Max ist der Schieferler. Was ist denn der Schieferler? Ja, der Max? Ja, der Max? Ja, der Max. Ja, der Max. Ja, der Max. Ja, so. Hey, Rifulman. Hey, Rifulman? Hey, Rifulman? A-Rider Nei, meiner ist außer Atem hier Perfekt ist scheiße, das Auto ist hinig Na Nett im Ernst oder? Hey da, wir haben nur mehr 200... Da ist ein Ziel Ach so, das war der Markt Wo kann ich nicht zusteigen? Warte, hier können wir fahren Hopps, hier ein Fahrzeug Oh, fahren wir mal Na, warte, dass es mir ausgekaut Ha 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 Warte, nehmt sie mich mit? 2, board that vehicle 2, disembark Na, du bist schon wieder ausgeschnitten Was so im Scheiß Servus Na, jetzt fahren wir alle Warte, doch rechts Hey, da ist einer, gleich rechts von uns, da ist schon wieder fein Ich bin ausgestiegen Wer hat mich jetzt ausgeschnitten Alter Wo ist einer? Da, hinter dem Haus steht er 2 Nein, das bin ich nicht Nicht wieder die Karre hinmachen He 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 Alter, ich sehe schon, das wird nichts Die Mission ist scheiße, oder? Nein, Hobi Wirklich? Hast du mich überfallen, oder was? Nein, komm schon Alter, wo bin denn ich? Wie? Oh nein, da merkt er gar nicht Alter, hast du gerade gesehen, was mit mir passiert ist, Haslinger? Hä? Hast du gerade gesehen, was mit mir passiert ist? Was? Die auf meiner Übertragung Oh nein, ich bin wieder da drinnen, in der Bude Oh nein, ich bin wieder da drinnen, in der Bude 2 2 2 2 2 2 2 Das ist eine Scheiß-Map ist das Hä? Das ist eine Scheiß-Mission 2 2 2 2 2 2 2 3 SIGCH! ZIGCH! 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 Da ist unser Leichenwagen, oder? Ha ha ha! Auf dem LKW hocken sie immer noch alle drauf, oder? Jetzt hat's mich... Ich bin ja selber und brauche mit der Hand kommen und... Ah, ich hab wieder Schuss... Achso, du hast wieder Schuss... Tu ist der Leichenwagen, ich muss zappen... Na, der ist hinter LKW... Kann man das ja richten... Also ist wer von euch Reparatur-Mensch? Woa! Haha! Ah, ich hasse die Map, die ist zu langweilig und der Mist, oder? Scheiß, scheiß Mission. Wo geht's mir? Da ist schon wieder ein Rifleman, da rechts vorn. Wo ist der Dreckskerl? Da ist er, ich sehe ihn. Hat irgendwer schon ein Schützenquär? Er hält gern aus. Scheiße, er trifft mich. Ich glaube, ich hab ihn. Habt's ihn? Ja. Ich hab ihn. Passt. So, gehen wir zur Firma, sag ich dir, oder? Alter, wir werden schon wieder beschossen. Ja, da vorne steht eh noch das Fahrzeug. Ich hole es. Im Haus drin. Halt mich aber ab bei der Straße, bitte. Meine Figur geht dauernd die Puste aus, oder? Für meine... Mein, äh... Mein... Mein, bitte schlundig. Grid 2, 5, 1, 2, 0, 0, 1, attack that AT Soldier! Just up ahead! Wo weiß? 2, attack that AT Soldier! Ready? Grid 2, 5, 1, 2, 0, 0, repeat last! Over! Wer ist denn das da vorne bei der Firma? Bei der Fabrik? Wer ich? Hahaha! Heul dir die Karne und komm die Straße entlang. Einen Weitübte. Du siehst eh, wo ich bin. Nein, du schießt schon wieder irgendwas. Das war ich. Hab dich eh nicht getroffen, oder? Na, es hat sich irgendwie so gehört, dass ich ihn aus dem Haar gebaut habe. Na, hab über dich drüber geflossen. Alter, wir kommen da hinten angelaufen im Isle Tempo, was ist denn da los? Alter, ob meiner jemals wieder schneller rennen wird, das ist ja unglaublich. 2, Disbound, Grid 2, 5, 1, 2, 0, 0, 2, Disembark! Warum lässt mich da nicht reinsteigen in einer Jeep, sag einmal. 2, Disembark! Ich darf nicht Auto fahren. Wie zum Geier, wer ist denn das? Ist du das? Wie zum Geier kannst du so lang so schnell laufen, bitte. Weißt du nicht. Das ist ja unglaublich, meiner Kreid wie im Schneckentempo. 2, Disembark! Das Auto hat da mal erstens einen Plotten, problemerweise und zweitens, ich kann nicht fahren damit. Na, wer hat da schon wieder einen Plotten reingemacht? Ich hätte gerne jetzt noch eine Leuchtspur-Munition. Ich werde wieder auf die normale wegfahren. Hey, du bist der Reparaturspezialist, oder? Wer? Der Max? Äh... Nicht? Nein. Scheiße. Grid 2, 5, 1, 2, 0, 0, 2, 2, Disbound! Schau mal, was du in der Lange-Spec hast. War da aber 100 Tage gleich eine Rakete dabei? 2, Disbound! Ich kann ja überhaupt nicht reinsteigen, wenn das stimmt. 2, Disembark! Das ist der Max, der schmeißt die aus. 1, Disembark! 1, Disembark! MRAP! 800 Meter! South! Max, steig gefällig... Gib gefälligst den Befehl, dass wir hier einsteigen auf das Ding. Was? Du musst hier ja schon zu dem Fahrzeug und auf Einsteigen drucken. Gib den Befehl zum Einsteigen. 6, Disbound! Oh, okay, der schmeißt die... Wer ist denn unser Gruppenleader, sag mal! 3, 2, 5, 1, 2, 0, 0! Alter, da spielen wir ein anderes Spiel. Ja... Das ist zu mühsam, oder viel zu mühsam. Ich lad noch... Ich lad dabei gar keine andere runter. Dazu weiß man nicht, was man da tun soll. Ich probier's nochmal mit einer neuen runtergeladenen... Vielleicht war das einfach Pech vorher. Was für'n Rotz! Was für'n Rotz! Na 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 na... Ey, da... Dabei haben wir uns letztens schon so gefreut, dass wir mal eine gefunden haben, die wir schaffen, aber seitdem haben wir keine einzige mehr geschafft. Scheiße, die ist schon wieder voll hell. Ja, das soll doch mehr. Das soll denn in die Arbeit gehen. Boah! Ich werde mal sexy wecker gehen. Ich werde mal einen Kaffee machen. Aber sexy geh wecker! Na, Nicol, da sind wir noch weit entfernt davon. Ja bitte, ganz weit entfernt! Was nimm' mir denn, die ist schon gut aus! Ich probier mal! Dann probier ich... Na na, passt schon so! So, five man, das probieren wir. Das probieren wir. Was? Ja, jetzt hab ich mal ein paar. Nacht wollen wir eher nicht, aber das können wir probieren. Oder Nacht ist scheiße, gell? Ja, Nacht ist wohl. So, ist der scheiße zaubergeladen worden oder was ist los? Hey, was ist los? Hm? Warte mal gleich. Oh! Das erklärt natürlich einiges. Was denn? Ja, meine Festplatten ist feuer, oder? Muss ich mal löschen. Haha. Hab schon lange keine Filme mehr gelöscht, was ich heruntergeladen hab da. Hab sich 800 GB damit belegt gehabt. So. Schauen wir mal jetzt. Vielleicht wirds ja jetzt was. Ich hab jetzt ein paar runtergeladen, mal schauen. Vielleicht können wir jetzt die anderen auch wieder spülen, die alten. Das kann sein, dass das einfach nicht geladen hat, weil ich keinen Platz mehr gehabt hab auf der Festplatten. und das alles ist irgendwie schreckt. Das ist irgendwie schreckt, dass ich hier alles übertrage, was ich immer so spüle. Was? Ich steh irgendwie immer nur auf der Leiter. So, das Spiel startet schon wieder bei mir. Was? Das Spiel startet schon wieder bei mir. Eio, 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 Eio. Mach ich doch. Du sagst das, mach ich doch. Spielen wir jetzt bitte den? Hatschu. Ja, ich such mir jetzt eine aus, pass auf. Was, was wollen wir spielen? Ah, das ist gegangen, ja. Battle at Panaquari, jetzt geht's. Bitte einsteigen, bitte einsteigen. Ja, genau, da brauche ich dich auch dazu, Max. Was? Battle at Panaquari. Hm. Wie wenn die auch so arg ist, Haslinger. Ah, das ist cool. Ja, das dauert das noch. Wir sind eh schon drin. Nein, wie lange dauert die Mission? Ach so, das weißt du wie nicht. Der Haslinger hat sich das ausgesucht. Wie lange dauert die Mission? Nicht allein einsteigen. Haha. Ja, du hast gut reden. Ja, Greg wieder. Hey, jetzt ist nochmal ein Follower da. Wirklich? Ja. Na, wieso? Keine Ahnung, will ich gar nicht wissen. Hat's einem gereicht? Wahrscheinlich, der stellt sich mir vor, der Geschwafel da die ganze Zeit. Scheiße, einer Trottel. Wo bist denn? Neh mir smile aufs nächste. Der Fingg Gottes Geschwafel ist das Wichtige. Mann, das lässt sich auch nicht. Der Maker's Cases ist da. Haha. Boah, es ist hell draußen. Ja, wieder richtig hell. So, sind wir alle da? Nehmen endlich einen Spieler. Dann nehm ich ja einen für die Automatikschützer. Ah, ah. Zu spät. Ah, ah. Wer lang herumscheißt. Haha. Wieso kann ich keine Missionsdatei empfangen? Bei mir empfängt es auch noch nichts. Was? Missionsdatei London. Bei mir. Hallo. War schon. Hm. Vielleicht, weil's bei dir noch nicht fertig geladen ist hier. Naja, um die Wartezeit zu verkürzen, mach mir ein wenig Angst für. Na. Es lohnt sich. 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 Ja. Aber die muss langsam. Passt. Wie groß ist die? 3500. Achso. Ah, ich glaub ich geh entstaunt, hä. Gfress ned. Haha. War halt optimale Idee, ja. Dann kommt sie nämlich jetzt ins Bittge. Ach, Bittge. Sind wir endlich da. Haha. Ich hab schon 250. Was? Ah, 290. 300. 320. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, ich geh entstaunt, hä. Ich bin bei 700. Haha. War super. Nein, nett. Ah, nein. Ich bin bei 1000. Ich bin ja bei 1000 Heeeey Warum das alles so langsam geht Also heute kann es sein Ich brauch ja auch schon über 2 Megabit pro Sekunde für den Videostream upload Dann brich ich an bitte Ha? Dann brich ich an Dir ist bitte wichtig Warum? Hm? Ah ja jetzt sind 3 Zuschauer da ich mein Echt? Schon wieder wer dabei? Ah ja Wer ist denn jetzt hierin? Keine Ahnung kann ich jetzt nachschauen oder Hallo du Male Was? Ah nix Hey ich hab schon 900 Ist sicher der Radvieh 1000 Wieviel habt's 1047 Na super hey da steht unser Fahrzeug Wer fährt Ich glaub ich geh an eine rauchen da dabei Ich glaub ich geh an eine rauchen da dabei Es geht sich niemals aus Was? Eine rauchen jetzt noch Hier brauche ich halt Hilfe Da brauche ich halt nicht Fußlaufe gehen schießen Ha? Da brauchen wir nur da steht laufe gehen schießen Ah da steht ein Fahrzeug Ja Mais brauchen wir nicht Also jetzt Maschinengewehre hinten drum Da war's schon cool Ah ja da ist echt gleich Panachauri daneben Weil es war ja nicht das Battle von Panachauri Wo wir da wegfahren würden Aber wir können von mir erst am Hafen runter Wir fahren auf einen Kaffee und dann können wir Das können wir natürlich auch machen Erst wieder auffahren nach Panachauri Ja sollte man erst frühstücken fahren Oder sollte man erst frühstücken fahren Ja da fahren wir noch auch frühstücken und dann Ha 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 Ich würd sagen also mit mit leerem Magen kämpft sich schlecht Ja find ich auch Ich würd sagen da fahren wir noch da runter ins Meer Da irgendwo in die Bucht Da in die Panachauri Bucht die schaut schon Wie du lich aus Ha 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 Dann wir frühstücken aber dann greifen wir ab Panachauri Du sagst das Fahren wir vielleicht noch mal Östlicher zur wie ab Panachauri Schauen wir uns erst dort vorbei Wie schaut's aus bei euch 1.900 Ah ok dann sind wir sehr bald Ich wundens dass die drei da so standhaft Da sind ein Neuer da sondern wollen wir nicht spielen Ja du bist der einer von die drei Na ja stimmt Und du bist der zweite von die drei Ah ja Und wahrscheinlich hat der Max auch noch etwas aufgemacht Ja Schon oder? Na Nee nee Entschuldig der Batra So der 3.000 erreicht Wow da bin ich noch weit entfernt Ich bin noch weit entfernt Ich bin noch weit entfernt Ich bin noch weit entfernt Ja unser dritter ist jetzt weg Ah ja Mei jetzt hat's einem gereicht Ja jetzt werdet ihr gegraucht haben das ist nicht Würdig eine Simulation mit und hat schon Frühstück und so. Hat schon Angriff, hat schon Frühstück. Ja bitte, das ist das hat schon Frühstück. Ah, der Max ist da. Fährt nur mit der Greg. Jetzt bin ich da, glaube ich 3.000, also immerhin. Und wie viel sind sie insgesamt? 3.500. Na bitte, da drüben ist halt schon Frühstück. So, 3.100. Ich glaube das Frühstück müssen wir ausfallen lassen. 3.200. Wo ist denn der Automatikschützer? Da bist du, du stehst vor mir, das ist gut. 3.300. 3.400. Na. 4.000. 4.400. 4.400. Oh, wie langsam kann das gehen. Denkt immer an mich auch. Oh. Hat schon Angriff. So, hat schon Angriff würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, ich komme jetzt rein. So, der Ageling ist auch da. Ich sehe dich aber noch nicht. Ja, es läuft noch. Ich sehe es. Ich sehe es. Ach, schließen. So. Weiter. Und los geht's. Hier, ein Hubschrauber. So, es wird angegriffen. Wohin müssen wir denn? 3.500 Panachauri drauf. Wo ist Panachauri? Ich bin gleich da vorne. Achso, da wo ich hingehe. Da die Straßen müssen wir ja runter. Ja, da werden sie gleich mal da schießen. Da läuft einer. Wer fährt denn damit? Ich gehe mal da runter. Da ist ein Leiter. Eier. Ficken. Oh, ich bin schon hin. Was, der Hubschrauber gehört auch zu den Feinden. Der Hubschrauber gehört auch zu den Feinden. Der Hubschrauber ist 18 bis 4 oder in 3. 5 bis 4, 5 bis 4. F anthales. Sie seien ihn so an, was fast, was fast. Er ist leer. Bist du eine, bis 5 bis 5, bis 5 bis 6. Was ist das? Was ist das, Olle? Ich habe keine Wärmung. ja genau da war ich, da war ich aufgegeschossen wo? wo? da oben ist einer wo? Hasinger da oben, ah da ist echt einer ich hab ihn ok scheiße da ist schon wieder was ja versteck dir das unterbordern Mann 100m rechts move 100m front WELCOME 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 Häh da steht ein Fahrzeug Das was im Arsch ist Soldat 75m front WELCOME 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 Sagen wir mal wo soll denn hier das Battle steigen hin quan WELCOME Da war einer! Muss man Zivilisten auch beschissen? Hä? Na ja, wie soll er das? Na, offensichtlich nicht. Link, Seiwald. Ich hab einen Zivilisten erledigt. Ich hab einen Zivilisten erledigt. Fuck! Man down! Kontakt! Soldier! 75 Meter! Right! Soldier! 75 Meter, Front! Grint 0, 4, Niner! 1, 1, 0! Hostel down! Report Position! Ready! 2, 1, 0! Soldier! 75 Meter! Nein, ich bin hier, oder? Jetzt! 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 Hängen wir mal den ganzen Weg auf für den, oder? Wer kriegt denn da am Boden herum? Wie krieg ich? Na, das bist du nicht, du. allgemein durch! Mehr an 100 Meter, zurück! Solid kapitel! Grint 0, 4, 9, 1, 1, 0! Mehr an 100 Meter, Front! Veralt zu werden! Mehr an 100 Meter, Front! Mehr an 100 Meter! Method, Papa! Jawohl, ich hab ihn! Ich komme von hinten, ich gehe hinten her, da läuft einer, das ist ein Zivilist, da steht auch ein Fahrzeug, ach so, das ist das, was der Max hier gefahren hat. Grit 0, 4, Niner, 1, 1, 0, stand in mind. Scheiße, sie haben mich schon. Ich habe ihn gesehen, da. Scheiße, Helikopter. Ich sehe nicht mal, von wo ich beschossen werde. Er ist da. Ich habe ihn. Jetzt wo einer. Bist du teperrt, was war das? Ich sehe es. Scheiße. Soldier, 75 Meter left. Das hat was geworfen. Da oben ist irgendwann auf so'n scheiß Balkon. Was hast du auch noch, Alter? Da sind so viele. Scheiße, er hat mich. Scheiße, wir haben einen Mann runter. Hehehe. Ich bin keiner zu dir umgekommen als Beine, weil dann ist es vorbei mit mir. Siehst du mal, ich spiele eigentlich immer noch da links. Ne. Faktor link für den Boden. Zwei habe ich erledigt. Grit 0, 4, Niner, 1, 1, 0, ready. Was ist denn er für einer? Max, Alter. Warum stehst du da blöde herum? Hach! Hach! Aber ich frei jetzt nicht mehr aufgeschickt, du arbeit. Oh, das ist ja widerlich. Oh ja. Hach, Sieht noch, wie schaut es da oben aus. Da ist einer. Da ist einer von uns. Zivilist. Scheiße, ich werde beschossen, Alter. Nein, ihr wart beschossen. Achso. Das ist gut, dass euer... Alter, Scheiße, jetzt werde ich euch beschossen. Ich bin schon verwundet, hey. Nein, da zur Selbstbehandlung. Wo sind die Schweine da oben, Haslinger? Sie liegen da gut. Immer noch auf der Straße. Hm, aber nicht mehr lang. Schmeiß ein Granaten auf, hey. Nein, hol' ich mal kurz. Nein, war keiner. Ja, da oben war er auch grad. Bist das du, oder? Würde ich nicht aussehen, gell? Es sind ja noch immer mehrere. Ach, nein. Sind ja alle hin? Toll, Sanna. Scheiße, der Granatenkurve. Ich bin verletzt, Alter. Wo ist der Sani? Ich komme. Bist du Sanitäter, oder was? Ich weiß noch, da bin ich immer in so'n Trangliederfeier, oder so. Wo ist der verflucht des Sanitäter, Alter? Move up! Help up! Da, jetzt passen wir auf, hol' ich was Feines für dich. Warte. Oh, komm da. Ich hol' mir ein Medipack. Da, hey. Bleib da. Ich hab' nicht gewusst, dass du was dabei hast. Ich hab' ja gesagt gar keinen. Ich hab' ja gesagt gar keinen. Oh. Oh. Ah ja. Nein! Haha! Was war das schon wieder? Keine Ahnung, aber es war sehr schräg. Ja, da willst du das auch nicht auch. Da holen wir Waffen. Das ist der Schütze. Bleib stehen! Welcher Dreck hat nur Schmeine leider. Hey! Von wo zur Hölle schießen die? Ist das bei dir? Ja, ich hab ihn. Okay, ist da noch einer? Nein, alle vier tot. Auf der Straße? Doch, da. Ah nein, der ist auch schon tot. Ich hab im Haus herrinnen erledigt, oder? Okay. Haben die was nützliches? Ah, so geile Handschuhe, halt nix. Ah, der hat ja erst einen Militäranzug, oder? Nein, ich halt mal meinen. So, müssen wir weiter vorrücken. Ich hab immer was erwartet. Hey, da erlebt noch einer. Südlich von uns. Ein Stückchen links. Wo ist der Kerl? Hm, der ist mir irgendwo. Irgendwo. Wo ist der Typ, Alter? Über mir. Im oberen Stock ist er. Scheiße, du war noch. Auf. 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 Wo? Da sind zwei am dach oben oder so. Das müssen wir irgendwo sein. Wo sind die Kerle? Im falschen Gebäude. Scheiße im Haus nebenbei müssen es sein. Oh irgendwo. Scheiße, ich hab... Scheiße, ich hab... Scheiße, ich hab... Beide neutralisiert Passt Scheiße Wo bist du? Ich hab grad da oben ein paar neutralisiert Ja, da ganz oben bist du Neutralisiert, neutralisiert Da rechts ist auch noch einer, ich hol mir den rechts Fuck, Hankernotten Scheiße Nein, ich bin tot Verdammte Scheiße Scheiße, das sind... Scheiße, das sind... Da oben sind einige, Alter Ja Blättern, wenn wir da unten wieder respawn werden Ja Max, bist du eigentlich nur da? Ja Ha? Ha? Willst du euch noch mit, Max? Ah, ich werde uns in die Arbeit geben So... Klingt ja widerlich Ja, das ist ruhig Ha, da war ich halt schon So... So, in der nächsten Seitengassen ist einer Ja, du musst aufpassen, da steck dir einer oben 300 Meter Right up ahead Der hat mich grad erschossen, der Pisser Der hat mich grad erschossen, der Pisser Scheiße Komm wo zum Geier Wart, ich komm da mal Mediback Wo ist der Typ? Auf Los, gehen wir Ist da überhaupt noch einer da um die Ecken? Da ist ja gar keiner mehr, oder? Die sind irgendwo anders, Alter Da oben sind sauviel von ihnen Rot vier, ich bist draußen Ja, warte, komm da mit Da ist einer Komm? Nein, ich kann nicht zählen, wenn meiner die ganze Zeit herumwagelt erst Ja, scheiße Habe 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 Da ist noch einer Wo? Da, bei der Kurse, bei der Ecken sitzt er Ja, leute ich nicht Da sind sauviel, Alter Scheiße, sie haben mich Ich kann da nicht herzen Hä? Ich komme eh gleich wieder raus Jawohl Wieder an Hast du an? Ja Du wieder an Noch an Ich komme von der anderen Seite, von der Strasse nach hinten Ich komme von der anderen Seite, von der Strasse nach hinten Ja, du brauchst einen Medipack und das ganze Menge rasch Ja, hol den Sanitäter, der ist eh da, ich stehe eh in der Nähe bei dir, da bin ich ja vorher auch hin Was? 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 Gut, ja Scheiße, die haben mich schon wieder erwischt Servus! Max, das passt noch nicht, jetzt ist noch ein bisschen bald Nein, jetzt muss ich in die Arbeit Komm, die Uhrzeit bitte Geht mir nicht arbeiten und die Uhrzeit Geht mir nicht arbeiten und die Uhrzeit Ja, ich weiß nicht, da geht man dann mal schlau Na gut dann, führ dich Was? Tranche Ja Hast du gesehen, was ich vorgehabt hab, Harsinger? Hey, ich brauch Medipack und das rasch Hey, da schaut sich wie der Leiche oder irgendeine Piste seiwalt Meine! Ja So, der knirrt von deiner Leiche Sie kommen runter! Ficken! Kann man jetzt bitte da irgendwer ein Medipack bringen? Ich glaub nicht Ich würd jetzt sagen, was ein Problem ist Ich hab zwei erledigt Wo ist der Judas, Alter? Da geht mir jetzt ein Medipack, aber rasch, Alter Ja, heil Da ist noch einer, wo? Somebody help me! Hebt er noch! Warum hilft mir da keiner? Keine Ahnung, weil's der Arschloch bist Weil der schießt, wenn er noch kein Medipack gibt Wo ist der Kerl? Ich sehe klar keinen mehr Wie kann man sich selber behandeln? Mit dem Mausradler einfach dran, da müsst ihr eh selbstbehandlung da stehen Da kommt nur Waffe Ja, das kannst du nur einmal machen Oh nein Ja, dann willst du auch Ich weiß nicht mal wo du bist Weiß ich auch nicht wo du bist Ich bin eh beim Vorrücken Ja, warte, komm schon Der ist doch hier, da ist doch keiner mehr, oder? Ist doch versteckt sich der einer da drin? Irgendwie kann man schon das ganze Heidel gehen Komm mal nicht rein in die Hütten Warte mal, bin ja schon da So, helfen Nein Sorry Alter, das hab ich nicht gesehen Kann ich wieder... Nein Ich konnte leider nicht wieder wiederbeleben Jetzt hab ich's gerade in der... Dann hängen meine Haxen und so, weil sie sind nicht Da oben ist voll viel los, Alter Zero Waiting, waiting Waiting Ja, was ist mit den vier Idioten, ich steh'n ja nur da mal raus Wo liegt der da? Ich glaub wir haben sie mich alle, oder? Nein, schau auf die Karten, oder? Ja, wobei, da ist alle... Die liegen schon alle, hast du die alle erledigt? Was? Da hinten Ja, da will ich auch einige zerstören Huh Warte, komm, die machen wir doch Ah, da kommt der weg Boah, warte Hey Was war das? Warte, die ist jung, die ist jung Da ist tatsächlich einer Nein, sie haben mich erledigt, Alter Mit einem Schuss Nein, mir auch Halt die Würmer, Alter Ich bin zu deppert, dass da kein Scharfschützengewehr gibt Huh? Das ist ja schlecht, dass da kein Scharfschützengewehr gibt Jaa Alter, ich hab ich hoffe, dass mir alle auszuwäuchern, Alter Die werden immer mehr Hey, bist das du? Boah, jetzt hätte ich da schon wieder fast von hinten reingeschossen. Das ist natürlich nicht so nett. Warte auf mich. Ich werde beschossen. Fuck! Was ist? Alter! Von wo? Ich bin schon wieder hinig. Von wo? Das hat sicher zehn. Von wo, Alter? Ja, Alter, wo wir vorhin waren. Ja, genau dort. Ja, da, schau, hab ich gesehen. Da schau mal da drüber über die Mauer. Warte, komm, ich komm. Da steckt er. Hey, ich hab ein bessere Den im Auto und fahrs einfach zusammen. Hä? Hm? Mein Armer ist... Ah, da ist. Sie schmeißen die Handkanade nochmal. Schieb die Handkanade nochmal. Ich hab zwei erledigt, der eine fehlt noch. Scheiße, was ist los? Der Typ wisiert nicht. Ich hab drei erledigt. Hey! Na, da war noch einer. Na, da war noch einer. Alter. Gott sei Dank geschickt, wir uns nicht in echt. Nein! Nicht schon wieder. Na, Haslinger. Hä? Stell dir vor, er hat uns in echten Krieger geschickt und da haben wir noch ein Leben, Alter. Wo bist denn du? Ja, ich wär gerade respawned. Ja, ich bin gerade raus aus unserem Lager. Ja, warte auf mich. Ich komm schon. Wie viel Sand ist, bitte? Ja, Alter, ich werde jetzt auch gerade da oben wieder. So, nehmen wir die Karre und überfahrens. Ja, ich bin ein bisschen hart, Jörg. Ja, ich werde jetzt auch. Pass auf, da ist auch einer oben. Nickel. Wo? Da, wo ich bin. Ja, ich bin neben dir. Ja, da, gerade für mich. Ah ja, da ist er. Scheiße, weiß die... Der... Ah! Habe! Passt, warte, ich muss mich selbst behandeln. Der verfickte Baum war genau im Weg, Alter. Hey! Was ist das da unten? Da hinten, der ist schon tot, aber der schaut so aus, wenn er noch leben wird. Da sind noch zwei, drei. Wo sind die? Shit! Ah! Ich bin schon wieder getrunken. Na hin! Was hängen von wo der gefahren hat. Von da oben! Den habe ich schon. Habe ja ausgeschaltet. Super, jetzt... Wann haben wir es denn endlich? Niiiim Ha ha Von Woolworth will come dear Oh no Keine Ahnung Jetzt wird's schon so mühsam wenn wir so weiter auskommen was Sag's das Oh das sind so viel Was ist eigentlich mit den anderen Kumpanen, die sind einmal so ein Schicksal weg Hä? Was? Was ist mit den Arschlöchern, warum tun die nichts? Keine Ahnung, ich hab ihnen eh befohlen dass sie angreifen Ich schirrst jetzt, wenn sie nicht gleich was tun Alter hast du gesehen wie viele da oben stehen und da links? Nein Schau mal auf die Karten Kommst du da mit dem Fahrzeug? Nein Ja Dann riech der Heli wieder Ich sehe ja nicht, tu mal deine Karten herzeig Sieh ich da unten Oh scheiße, der hat mich auch gesehen Oh nein Ich kann mich wieder kaum rühren Warte, ich hab dich behandelt Ah ich hab mich eh selbst behandelt Das ist kacke, dass diese künstlichen Intelligenzler so intelligent sind Ja das bist ja du, Alter Hey! Bist du hinig? Ja Du musst mir schon sagen, wenn du auf einmal von hinten kommst, Alter Du bist ja Ich gehst doch Ist das bei dir gewesen? Hm Alter, ich bin hinig, obwohl ich hinter einer Mauer stehe Da boge ich mich schon Das ist ein sauerger, Alter Das ist ein sauerger, Alter Ey, da komm ich rauf Warum stecken unsere Trottel eigentlich da herum, Alter? Ja, das boge ich ja Vorrücken aber hurtig, Alter Ich bin dann nichts, ich bin schützt jetzt Die liegen nur am Boden herum, Alter Ah, nein, warte, jetzt tun sie was, sie rücken vor Nein, jetzt tun sie was Faul Wichser Da liegt einer von oben Ich hab keine Füße mehr Ja und jetzt legen sie sich schon wieder hin, die Idioten Schon, oder? Ja, schickt sie wieder vor Wo sind sie denn? Moves 75 Meters Front Sala, komm So, freund er auf, oder? Aber rasch Zu rechts für dir mal eine Städte, einer, oder? Ich sehe jetzt kaum Da ist einer Da ist einer Da ist einer Dreck, sah alle Granaten abgeschmissen Da oben ist auch einer Scheiße, Mann, was tut mein Trottel einer? Hast du ihn? Ich hab ihn Da oben Pass auf, da ist nur einer rechts hinter der Hauswand da oben Wo? Ganz oben hinter der hinteren Ecke Da liegt einer Da liegt einer Achso Scheiße, da unten Da ist Da ist so eine Einige Scheiße, hier bin ich drauf Ah, nein Ah, nein Bei der nächsten sind unsere Trotteln jetzt auch mal da aufgegangen Alter, das ist so weit da auf, eh Die scheiß Zivilisten, Alter Das tut nicht her, er läuft da im Kreis, oder? Wo bist du? Im Haus, da oben Wo bist du? Im Haus, da oben Die soll Alle maler Aquamaler Alter Wo? Wo schießt denn dich schon wieder? Ah, ich hab ihn Ich hab auch ihn beseitigt Wo? Wo? Wo schießt denn Dichel wieder? Oh, ich bin schon erstaunlich lange nicht mehr gestorben. Da ist nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wo der noch mehr sein soll. Oh, jetzt wechselt der dort wieder. Ich hab ihn. Wo bist denn du? Ja, der, was die Tiergarde aufgemacht hat, die blaue. Ja, das war nicht. Ach so, nein. Bist du das da oben am Balkon? Ja. Da ist er noch drin. Wo? Den Läger. Ja. Jetzt habe ich ihn. Da hast du schon. Ja, aber ich bin verwundert. Scheiße, ich bin verwundert. Ah, jetzt bin ich hin. Wo war der wieder? Ja, ist er wieder. Hä? Wo war der? Ja. Grid 0-4-9-1-1-0. Ready. Wieder rein, Marsch! So, schlägt's noch rein, der Tolle! So, schlägt's noch rein! Da ist er irgendwo, da war's nicht wo, da ist ein Problem! So, schlägt's noch rein! Nein, da ist er gegen, der Pisser. Bist du Drecksau. Ah, jetzt weiß ich, wo er ist. Ja, geschrien, Obojoba, da war er nur mean. Oh, Alter. Jetzt kann er sich auf was gefasst machen. Ich hab die erledigt. Du, Mie? Achso, nein, passt schon. Ich hab einen ausgeschaltet. Wo? Da in so ein Haus. Ah, hau, hau, hau. Ja, genau da. Da hinter dem Auto. Ja, ich hab's gesehen. Ja, da 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 rein, da hinter dem Buschen. Ja, ich hab's gesehen, oja. Da liegt er, die hat mich nämlich auch umbracht, hab ich gesagt. Ich hab mir gedacht, von hinten der Vision, aber das hab ich auch nicht geschreit hingesehen. Grin 0, 4, 9, 1, 1, 0. Hä? Ja, ich hab's gesehen. Ja, das finde ich auch. Super, jetzt ist wieder einer dazugekommen, hast du gesehen? Oh, oh, wo bin ich denn jetzt? Das finde ich ja gar nicht voll schön. Sag einmal, die Idioten, sie sind was da. Ja, ich komme kurz nicht. Da ist Healy, oder? So, ich hab den hier oben erledigt Wirklich? Ja Wo? Ja, nicht den, wo wir vorher waren Den letzten, der da ganz abseits gestanden ist Achso, aber ich hab jetzt den anderen Jetzt haben wir nur die anderen da vorne Jetzt siehst du mich gerade am Kirsch Wie soll ich das sehen? Auf der Karte Ich weiß nicht welcher du bist, ah der in Norden oben Ja Ja Du Hurenbock Bist du wieder hin? Nein Er ist hin Ah ja Da waren sie nur mal zwei Ich hätte dir die Drecks ab ihm helfen Du schießt dich gleich, du kleiner Pisser Ja, oder? Natürlich die Scheiß Die dir den weibsten da die Scheiß Bimbos da anbringen Die was da drüben Ja Beleg, dass ich jetzt hier ums höre will Irgendwo bei dem Haus müssen sie sein Pass auf, da links in dem Haus Ja Direkt vor dir, oder? Ja 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 Ich komm von hinten Ich komm rein, oder? Ja Ich komm rein, oder? Bauchschuss Da ist noch einer über uns, Alter Da ist noch einer über uns, Alter Warte, ich steh auf Da ist einer Da, fuck Nein, ich bin hinig Hast du überlebt? Ja, ich leb noch Ich hab's beide erledigt Fuck, ich hab 19 Abschüsse, glaub ich Haha Ich sehe keinen mehr auf der Karte Und jetzt? Was sind denn noch welche? Nein, der Hektatown ist schon abgehackelt Warst du das? Hä? Ja, nicht Keine Ahnung Vielleicht ist da noch wo wer Ist noch gebaut und fahr mal eine Runde langsam Komm mal her, da hol ich mich mal ab Oh ja, überall liegen sie rum Oh Na, passt schon, wäre ja kall Tja, also gehst du dann nicht lodern, ob er sein soll Tja, also gehst du dann nicht lodern, ob er sein soll Wie geht man in die Ausnahmsicht mit dem Atom? Mit einem Aufnahm-Path eingearbeitet, was der Wie geht man in die Ausnahmsicht mit dem Atom? Mit so einem Aufnahm-Path eingearbeitet Ah, bist du das in dem komischen weißen Ding? Ja Ja Wo bist du? Wow! Jetzt werde ich fast umgeflogen he. Da ist keiner mehr in dem scheiß Därfel. Ja wirklich. Was ist da mit? Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß es auch nicht. Die ganzen Kasseln durchfahren hier. Da läuft! Achso, passt schon ziemlich leicht. Wo fährst du hin? Wo haben wir denn mit irgendwo? Du bist ja schon lange aus der Stadt raus. Ja, jetzt ist mir kochen hier. Was? Ja, das ist ein Mensch. Was ist das? Requestere Unterstützung. Grid 050-112. Negative! Was ist denn so? Hey! Hey! Da schießt er. Ich höre sie, ich höre sie. Schüsse er da. Schießt du auf mich? Nein. Nein. Da vorne ist einer. Ich sehe ihn auf der Karte. Vor der Haufel. Sobald schreien alle hier. Da ist er. Passt! Du schießt auf mich. Ja, ich bin hinterher. Siehst du wo er ist? Ja, habe ich gesehen. Ich habe heute oft schon drauf geschossen. Den Karte mal zu erinnerungen. Wo er ständig ist. Was ist er, wo er nicht ist? Was bin ich? Wie? Das bin ich erzählen. Wir sind jetzt hier trocken. Und jetzt? Das ist schon geil, dass man seine Freunde dann zwirfen muss. Hey, ich werde geschossen. Oh mein Gott, scheiße, ich bin im Arsch. Scheiße, da ist ja noch einer bei dir. Einer, da sind ja mehr, also muss ich so gut sagen. 4, 9, 1, 1, 0. Rechts von dir. Ja, ich sehe es, ich habe mich gerade geschossen. Da ist er. Boah! Ich sehe, er hat mich über vorhin. Ja, da liegt da. Ja, da ist er. Wo? Da ist er. Ich halte dich die Frage, wo ist der Mainz? Er schlägt wieder auf, ey. Also hier ist nichts. Was ist? Na? Was ist? Was ist denn da? Was ist denn da? Du kannst das frei einfach mitnehmen. Das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Was ist denn da? Du kannst die Frage, oder? Das ist ja gut. Der ist ja gut. Was bin ich da noch so gefährdet, oder? Ja, der ist vorbei im Arsch. Ja, oder? Ich habe ihn in den Föderer. Da haben wir jetzt echt alle Umwärte bestätigen. Du siehst, da oben steht ein extremstiges Bein oder so. Das ist eine Station. Das ist schon gescheit mieser, dass wir dann in der halben Stunde miteinander suchen, weiß ich. Oh, du hast noch gewandt, da findest du es cool, dass wir die suchen müssen. Äh, doch. Ach so, die ist auch noch gut. Was ist eigentlich denn? Ja, ich muss jetzt noch mit mir arbeiten. Okay. Das ist ja alles gut. Ich habe einen einen Schrappchen und den Schrappchen. Ich habe einen Schrappchen, aber die Mache ist. Ich habe einen Schrappchen. Wow! Wow! Die Bremsen ist leer! Ja, das ist wirklich! Wir wollen es! Wir wollen es! Wir wollen es! Wir wollen es! Wir wollen es hier! Huh? Ja! Schütteln wir die Soldaten rein oder vielleicht? Huh? Das ist so schick, aber wir wollen die Soldaten ein Stück hinfahren. Ja, das ist hier. Aber wir wollen es auf der anderen Seite vom Dorf. Ach so, da steht da, wenn der... Once the town is under your control, müssen wir reinforcements abwarten. Muss reinforcements abwarten? Ja, reinforcements müssen wir abwarten. Ja, reinforcements müssen wir abwarten. Ich denke, wir müssen wieder abwarten. Ich denke, wir können den Schiff aufwarten. All right. Steh wir mal! Das ist weitergegangen. Die Hürden oder so? Fahr du mal! Nein, wie gefreut ist! Im Schuh geht's auch! Schick's einfach weiter, die Idioten! Schauen wir, was ich über den Weg kann! Die Hürden sind auch vorher da! Ja, Unterstützung anfordern! Ready! Die Unterstützung anfordern! Wenn ich komme, dann ist es vorbei! Ja, das war ja probiert! Waiting! ... 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 Jetzt fahren wir noch weiter auf den Gips. Das Freizeit war nehmbar. Feuerler. Was? 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 Ich fahre wieder oben ins Drift. Ich fahre wieder oben ins Drift. Ich bin ganz hoch. Alter, von hier mit der Sniper. Das wäre ein Traum. Hey! Bist du das? Wo schierst du? Auf mich? Ich habe keine Munition mehr. Warum beschießt du mich, du Wichser? Hey, Alter! So, ist das der fucking Hubschrauber, Alter? Ah, ich höre ihn! Ich höre ihn, ich höre ihn, Alter. Ich glaube nicht mehr, wo ist er. Ich höre ihn, eindeutig. Hörst du ihn? Soll ich... Was soll das, Alter? Ich höre ihn, Alter. Ich höre ihn, Alter. Wo ist das Wichs Kind? So, Haslinger, ich werde dir jetzt ein müdiges Ende bereiten. Nein! Scheiße! Die Karre ist im Arsch! Hey, da ist der Heli! Boah! Boah! Wie war's denn? Hörst du ihn nicht? Ne, das ist der Kaffee! Boah! Boah, Alter! Da ist er noch eine Erdung. Die environment hat sogar noch aus, aber es würde sie nicht rennen. Tid, oh ja! Da oben ist er! Wo? Wo? Da ist er wieder weg. Verdammt. Vielleicht besser nachfliegen. Schauen wir mal wo er hinfliegt. Ich habe gerade einen Hasen erledigt. Der fliegt da über den Berg drüber. Wo? Daher? Ich habe gar keine Ahnung was wir da sagen sollen. Ich habe es ja gefreit, wenn ich mir immer das sagen muss. Hey, Alter! Man bist du ein Arschloch, Alter. Ich habe genau gesehen wie du mit einem gezielt hast. Ja, aber ich habe nicht geschossen. Ja, was wollte er denn da? Nicht schießen, Alter. Du bist ein Penner. Jetzt reicht es mir. Jetzt komme ich, Alter. Das ist ja unfair. Du siehst ja, wo ich bin. Das ist ja unfair. Das muss doch nur so scheiss Pisse sein. Ich werde jetzt so hunde, ich kann mir das nicht mehr vorstellen da. Ich bin mitten auf der Straße. Und wir alle Menschen da schon sehen. Du weißt, dass das Gute ist. Du siehst, jetzt ein bisschen Zeit verzögert. Das heißt, wir haben hier geschehen, die wir schon längst erledigt haben. Du hast keine Ahnung, wo ich gerade bin. Oder was ich gerade vorhabe. Oder was ich tun will. Wo bist du los? Wie bist du? Da drin muss es sein, wo du lauerst. So. Gute Ruhe erst. Komm, da haut die Aussage. Na! Jetzt hab ich selber auch noch. Move up! On the way! Move up! On the way! Und dann. Auf. 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 Wird Munition ausgehangen? Ich hab extra die anderen eingeschickt, damit sie die ablenken. Oh nein, ich hab ja gesehen, welcher Punkt halt rum hat's von denen. Hast du mich auf der Karte verfolgt? Nein, weil ich's hiergehe, welcher Punkt halt aus der herkommt. Achso, du hast gewusst, was für ein Punkt da ich bin, oder was? Hier, da ist zwei so komische Pfeiler nach oben. Scheiße. Das ist jetzt schwierig, Simon. Hä? Das ist dann wohl nicht schwierig. Ja, du sagst es. Ja, Alter, ich will dir jetzt nicht einen Trottel ersuchen, ich bringe jetzt die Zivilisten auch ab. Okay, und ich such die einfach wieder. So. Vielleicht wird's für euch die Zivilisten auch abbringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Übrigens, trotzdem. Da liegt einer. Die Zivilisten dort macht irgendwie Spaß. Naja, also bitte. Da kannst du gleich auf Hasenjagd führen. Die Stänge nehmen immer wieder auf die Idioten. Da ist aber schnell gefliegt, hinter Hasenjagd. Da ist er schnell gefliegt hinter der Hasenjagd. Da ist er schnell gefliegt hinter der Hasenjagd. Wenn wir's sch körde... Mein Trottel hat schon wieder keine Fuß der heихенд. Hey! Halt hospitals. Angriff. Wo 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 wo? Im Haus, schau auf die Karten! Nein, ich bin hier! Mech, haben die jetzt unsere erledigt? Ja. Ich weiß nicht, das hat ausgeschaut, wie werden unsere Leute auf die schiersten daten. Da drinnen, in der Scheiß hinten ist irgendwo sein. Jetzt können wir wirklich jeden Heißel durchsuchen. Hä? Jetzt können wir wirklich jeden Heißel durchsuchen. Von rechts so aus. Wie sieht den Drecksack beim Mainz da oben? Ha. Bist du drinnen, oder was? Nein. Unsere sind jetzt voll reingestürmt und haben ihn erschossen. Schon, oder? Ja, unsere Mannscherl. Da muss noch mal wer sein. Scheiße, da müssen wir echt jeder hinten durchsuchen. Grit 0, 4, 9, 1, 1, 1, 0. Das ist die Frage, weil wir jetzt nicht mehr machen. Ja, die auch nicht. Grit 0, 4, 9, 1, 1, 1, 0. What's your position? Area clear. Area clear. Guck. Hinten, der Scheiß, zieh unten. Da fällt einer. Die haben alle Räume sogar durchsucht, eyda. Der Markus ist verwundet. Wo bist du? Keine Ahnung, ich renne da in die Halbogen. Ja, ich schau in dem Fall oben auf. Schaut mir verdächtig an. Wenn wir brav zu den Fenstern gehen, dann sehen sie ihn vielleicht von den Scharfschützenständen oder so. Alter, das ist mühsam. Da war schon mal keiner hier drin. Nein, mich nervt dieses Geschnaufe von dem Penner. Da wären wir ein Schwammerl, wenn man da jede Bude durchsuchen kann. Ja. Ich schaue rein, Bire. Ich schaue mir auch nicht, was man verdächtig aussieht. Ich schaue eins. Entschーん. Joach! Mann! Horn! Auf. Wo sehen wir die links hier? Ich hab ein bisschen Flur da hinten. Ich kann einen Rosen durchfassen. Hey, wer ist verwundet? Achso, du hast keine Munition mehr. Boah, aber so mäßgeilet. Hey, es geht irgendwelchen Bunker los. Oder ist das bei dir? Woher kommt die Mucke? Ich glaube, das geht nur auf. Ich schieße durch unsere eigene Leine. Oh no. 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 Was erfaschierst du? Hey! Ja man! Was war das jetzt? Oh no. Oh no. Oh, vielleicht doch an der Schossen. Wie viel hast du abgeschossen? Keine Ahnung. Steh dir grad da? Oh no. Oh no. Oh no. Malえ zum перnen geölor. Wo steht das? Ich hab 3x einen Zivilist, 5 erschossen. Ihre Abschüsse, eigene neben Seibald und dann hab ich 8x einen Schütze, 7x einen Schütze, 2. Automatik und 2x einen normalen Schütze. Ohne einen Teamleader und einen Truppenführer hab ich auch erschossen. Ah? Ohne einen Teamleader und einen Truppenführer hab ich auch erschossen. Puh. Egales Pennern. Ah, ich bin müde. Da sind wir schon 7. Es ist schon 7. Es ist schon 7. Es ist schon 7. Es ist schon 8. Es ist schon 8. Ehem. Ich bin müde. Ohne habe ich auch geschossen. Vielen Dank.